Hallo, ich bin Sabine und Rekruter bei Manpower. Ich suche momentan für meinen Kunden am Standort Rieste Kommissionierer für Sportartikel. Was dich dort erwartet? Hier kommissionierst du Sportartikel von Schuhen bis Bällen und Sporttrikots ist alles dabei. Dich erwarten 12,43 Euro die Stunde. Ab April steigst du auf 13 Euro die Stunde. Ein Start ist ganz unkompliziert möglich. Das heißt, möchtest du morgen anfangen, darfst du das auch. Ansonsten haben wir noch viele weitere Benefits, die ich dir aber am besten unten oder in der Stellenanzeige nochmal auflisten werde. Sollte dich dein Interesse geweckt haben, bewirb dich gerne unter den angegebenen Stellenlink oder komm direkt jeden Dienstag um 10.30 Uhr zu unserem Kunden vor Ort in der Hildesheimer Straße in Rieste und guck dir deinen Arbeitsplatz an. Lass dich von uns beraten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.